So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zum heutigen Video zu Cat Café, einem Roll-and-Ride-Spiel für zwei bis vier Spieler. Dauert so ungefähr eine halbe Stunde, hat so ein Dice-Draft-System drin. Thematisch sind wir irgendwie in einem Katzencafé und wollen unsere Ecke so kuschelig und toll wie möglich machen, dass halt die Katzen dann sich da besonders wohlfühlen. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein. So, das ist das Spiel dann einmal aufgebaut, in Anführungszeichen. Ich spiele mit Toad und Dave. Wir haben einen Würfel mehr als Spieler mitspielen, würfeln die dann. Aha, klassischer Anfang. Das heißt, wenn Toad jetzt anfangen würde, würde der sagen, hier, ich nehme die fünf. Dave könnte sagen, ich nehme die vier. Ja, ich habe jetzt die Wahl zwischen Pest und Cholera. Jetzt nehme ich mal die Eins. Und dann ist die Eins quasi der allgemeine Würfel. Und jetzt kann jeder aus seinem Würfel und dem öffentlichen Würfel eine Kombination bauen. Das heißt, bei mir ist es 1-1. Toad könnte überlegen 1-5 oder 5-1. Und Dave könnte sagen 4-1 oder 1-4. Was heißt das jetzt? Die Würfel sind unterschiedlichen Katzenspielzeugen oder Katzenzugeordnet. Das heißt, die Eins wäre einfach so ein Katzenhaus. Eine Zwei haben wir nicht. Eine Vier wäre hier so eine Futterschale und eine Fünf wäre so ein Kissen. Das heißt, ich könnte mir jetzt nur überlegen, okay, Eins muss automatisch so ein Haus hier sein. Irgendwo auf Ebene 1. Also hier ist von diesen Sechseckfeldern, wo so eine Zahl da drin steht, ist mal die entsprechende Etage. Also würde ich jetzt einfach sagen, okay, ich nehme hier mal so ein Katzenhaus, mal das irgendwie hier so hin. Und das ist natürlich nicht ganz hübsch. Und jetzt kann ich da, da ist ein Blitz, sofort den Effekt auslösen. Das heißt, ich muss mir eines dieser anderen Spielzeuge aussuchen und das werten und zwar pro bereits eingezeichnete Spielzeug schon zwei Punkte. Das ist jetzt super doof, weil ich muss jetzt im Prinzip die Katzenhäuser nehmen. Davon habe ich eins mal zwei wären zwei Punkte. Da möchte man natürlich deutlich mehr Punkte haben. Die anderen würden das jetzt alles für sich eintragen. Und dann wäre auch schon der nächste Spieler dran. Das heißt, jetzt könnte Dave zuerst was aussuchen. Die Würfel werden wieder gewürfelt. Er könnte jetzt sagen, weißt du was, ich nehme mal die Fünf. Dann würde ich sagen, eine Fünf finde ich vielleicht gar nicht so verkehrt. Und Toad würde jetzt sagen, ich nehme mal die Vier. Damit haben wir alle die Zwei zur Verfügung. Das heißt, ich kann jetzt überlegen, ob ich entweder fünf, heißt ein Kissen, auf Etage zwei irgendwo eintragen möchte. Hier gibt es zum Beispiel gar keine zweite Etage. Oder ob ich die zwei benutzen möchte. So ein Wollknäuel und das halt irgendwo auf Etage fünf eintragen. Und da, das ist das Einzige, wo man auch so ein bisschen gucken muss, was die anderen Spieler machen. Und das ist halt so, so ein Kissen ist eigentlich ganz cool. Aber ein Kissen gibt so viele Punkte, wie die Zahl des Stockwerkes, wo es eingetragen wurde. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein Kissen eintrage, bringt es gerade mal zwei Punkte. Im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache so ein Wollknäuel auf Etage fünf, dann, wenn ich die Mehrheit am Ende hätte, würde ich dafür acht Punkte bekommen. Das heißt, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Also male ich jetzt hier so ein Wollknäuel hin und hoffe, dass man das einige, naja, kann man nicht gut sehen, aber ist klar, was es sein soll. Das hätten alle anderen Spiele auch gemacht. Das heißt, jetzt habe ich sogar das Recht des ersten Würfelaussuchens und kann mir jetzt überlegen, was ich gerne hätte. Und ich könnte sagen, so ein Schmetterling, aber so eine Sechs ist auch nicht verkehrt. Ich nehme meine Sechs, dann würden die anderen, man hat am Anfang gerade den Trend, eher die höheren Zahlen zu nehmen. Also würden die vielleicht, vielleicht würde jetzt auch Dave sagen, hier, die Zwei finde ich ganz toll, weil ich möchte nicht das Ben bei den Wollknäuel so davonrennen. Also kann ich jetzt überlegen, möchte ich eine Sechs auf Ebene Drei malen? Also so eine Maus hier oder die Drei, sprich so ein Schmetterling auf Ebene Sechs. Und da kann ich jetzt tatsächlich sagen, okay, ich möchte vielleicht mal so ein Schmetterling auf Ebene Sechs malen. Dann male ich den hier einfach so schön. Ich hatte schon einen. Damit kann ich immer einen Würfelwurf um Eins erhöhen oder niedrigen. Das heißt, ich habe jetzt Eins, Zwei, Drei. Also könnte ich sogar aus einer Eins eine Vier machen, wenn ich das wollen würde. Man kann aber nicht aus einer Eins eine Sechs machen. Das funktioniert also nicht. Plus, jeder Schmetterling gibt mir am Ende drei Punkte. Plus, wenn ein Spieler so einen Katzenbaum hier fertig hat, dann wird der gewertet. Jeder Spieler, der den fertig hat in der Runde, bekommt neun Punkte, wenn er so ein Katzenhaus da drin hat. Wenn nicht, dann nur fünf Punkte. Und daher ist das schon mal gar nicht so schlecht, dass ich diesen Turm hier so schnell wie möglich fertig bekomme, weil das auch der ist, wo es am meisten Punkte für gibt. Plus, das Spiel ist zu Ende, sobald ein Spieler drei von diesem Turm fertig hat. Also ihr habt das Grundprinzip für euch verstanden. Das heißt, Dave wäre hier, Toad wäre jetzt wieder dran und könnte sich auch zuerst irgendwas aussuchen und könnte vielleicht sagen, ah, er möchte auch mal gerne mitmachen. Dann könnte Dave sagen, ah, die Eins ist vielleicht doof. Er nimmt auch mal so eine 2, um da dran zu bleiben. Und ich kann jetzt überlegen, ob ich noch so einen Katzenturm haben möchte. Eigentlich nicht. Also sage ich mal, ich nehme hier so eine Maus. Das ist jetzt für mich natürlich eigentlich fast schon schlecht, weil ich wollte ja diesen Turm hier so schnell wie möglich fertig machen. Aber jetzt male ich mal so eine Maus auf Ebene 1. Also zum Beispiel hier hin. Da muss man jetzt auch wieder super gut malen können. Aber natürlich ist schön, dass man es auch einfach abmalen kann. Und dann ist das hoffentlich so irgendwie, oh, das ist gar nicht so eine schlechte Maus. Und Mäuse muss ich einfach gucken. Verbundene Mäuse, also die so eine gemeinsame Kante haben. Eine Maus gibt mir nur zwei Punkte. Wenn ich schon zwei verbundene Mäuse habe, sechs Punkte. Bei drei wären es zwölf Punkte. Und wenn ich vier verbunden habe, zwanzig Punkte. Noch eine Maus mehr würde quasi nichts bringen. Also auch gar nicht so schlecht. Der Turm hier ist auch bald fertig. Aber vielleicht sind ja auch schon andere Spiele auf diesen Turm gegangen. Da haben wir jetzt natürlich auch so ein bisschen Interaktion bei. Und das Grundprinzip mit dem Draften, die habt ihr jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden. Was gibt es sonst noch? Wir haben halt hier dieses Katzenhaus, habe ich euch schon gezeigt. Wollknäu gibt einfach acht Punkte bei der Mehrheit. Ansonsten drei Punkte, wenn ich irgendwie die zweitmaßen habe. Der Schmetterling bringt einfach drei Punkte. Und dann nochmal zwei so Pfötchen hier, die ich eintragen kann. Ich kann, wenn ich hier so eine Futterschüssel malen kann, dann kann ich die jetzt irgendwie hier so hinmalen. Und irgendwie hoffen, dass das einigermaßen gut aussieht. Und da würde ich jetzt einfach für jedes unterschiedliche angrenzende Item Punkte bekommen. Also eins, zwei. Das heißt, die wäre zwei Punkte wert. Wenn ich hier noch eine Futterschüsse nebenmalen würde und hier noch irgendwie eine Maus, dann wären das schon vier Punkte für diese Futterschüsse. Würde ich halt noch einen Wollknäu da hinmalen, würde mir das nichts bringen, weil einfach unterschiedliche Items gezählt werden. Kissen, wenn ich hier so ein tolles Kissen hinmale und das auch so super gut kann. Ich versuche halt so viel möglich abzumalen. Da es auf Level 1 ist, kriege ich nur einen Punkt dafür. Würde ich aber hier oben so ein Kissen irgendwie hinbauen und das da hinmalen. Dann wären das schon sechs Punkte wert. Und deswegen sind natürlich die sechs... Also eine sechs in Kombination mit einer sechs wäre super toll. Passiert aber relativ selten. Da muss man schon, wenn man vielleicht mal das Glück hat, eine sechs mit einer vier zu bekommen oder mit einer drei sagen, hier, ich mache hier einfach mal die Katzenpfötchen weg und mache aus der drei, die ich dann habe... Vielleicht habe ich dann irgendwie die hier bekommen und in der Mitte liegt irgendwie die sechs. Das kann ja sein, mache ich dann irgendwie auch eine sechs oder ich kann auch noch mehr Pfötchen ausgeben, um irgendwie beide Würfel zu verändern. Und wichtig ist auch, ich kann immer, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe hier jetzt irgendwie wie beim ersten Zug. Ich hatte da irgendwie eine Eins, bin eine Eins kombiniert. Da kann ich natürlich so ein Katzenhaus malen. Ihr habt aber schon gesehen, das ist nicht so super gut. Deswegen kann ich sagen, ich verzichte darauf, irgendwas einzuzeichnen und ich kreise hier einfach noch mal zwei neue Pfötchen ein. Das kann ich prinzipiell jede Runde machen. Mehr als ein bis zwei Mal im Spiel sollte man das eigentlich nicht machen. Ansonsten sind sogar drei Pfötchen, die man bekommt, fällt mir gerade ein. Sollte man sonst in der Regel immer hier über die Schmetterlinge machen. Da gibt es zwar nur zwei von diesen Pfötchen, sprich Würfel, die ich modifizieren kann, aber eben auch noch drei Punkte. Denn angenommen, ich hätte jetzt hier später noch irgendwie hier noch mal so ein irgendwie Kissen hingemalt und müsste dann noch irgendwie so ein Häuschen hier eintragen, weil ich das irgendwie bekommen hätte und das auch nicht modifizieren kann, könnte ich jetzt auch sagen, okay, ich mache hier dieses Häuschen hin und jetzt kann ich halt gucken, okay, ich habe zum Beispiel für die Kissen noch keine Punkte bekommen. Ich habe eins, zwei, drei Kissen mal zwei, wären also sechs Punkte. Ich kann jetzt aber nicht, wenn ich später irgendwie noch mehr Kissen male und noch mal so ein Häuschen hier male, noch mal die Kissen werten. Ich kann jedes von diesen Items nur einmal im Spiel werten. Und das war einmal relativ ausführlich, aber ich hoffe, ihr habt einfach wirklich alles verstanden. Ich habe auch hoffentlich alle Regeln erklärt, falls sich irgendwo eine Ungenauigkeit eingeschlichen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist einfach so ein Würfel-Draft-Spiel, das gibt es ja auch schon so ein bisschen bei Dizzle. Dizzle läuft aber noch mal eine Spur anders. Wie ich schon gesagt habe, diese Roll-and-Ride-Spiele, die sprießen gerade an allen Ecken aus dem Boden oder in die Spiele-Läden rein. Also man kann einfach ganz viele tolle Ideen haben. Das hier, würde ich mal sagen, finde ich grundsolide. Das ist vor allen Dingen ein Spiel. Viele Leute sind natürlich Katzen-Fans, sowohl Spieler, denen kann man das gut schenken, als auch Leute, die mit Spielen vielleicht noch gar nicht so viel zu tun haben. Denen kann man das auch sehr gut schenken, weil es einfach ein schönes, einfaches Spiel ist, wo man trotzdem interessante, knifflige Entscheidungen haben kann. Wo ich schon Partien gewonnen habe, wo ich nie gedacht hätte, dass ich sie gewinne. Wo ich Partien verloren habe, wo ich dachte, Alter, ich führe bestimmt gerade Haus hoch. Und einfach ein schickes, rundes Ding. Bisher, Stand jetzt gibt es das nur auf Englisch. Ist aber nicht schlimm, weil ihr seht das hier. Absolut sprachunabhängig. Also hier unten steht natürlich noch mal die Erklärung drauf, was das genau macht. Aber ihr müsst euch einfach nur ein Regel-Erklärvideo angucken oder vielleicht auf Board-Game-Geek gucken. Vielleicht hat da schon jemand die Regeln auf Deutsch übersetzt. Das ist super easy machbar. Während des Spiels brauchen wir eigentlich keine Sprache mehr. Und ja, das war's von Katka für mehr. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr schon gespielt habt, gerne einen Kommentar unten drunter. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss. bis bald und tschüss. Bis bald los didd spending Keicher! Bis bald. Bis bald. Bis bald, dich wäre ja schön! Bis bald, ganz viel's Zeit damit gehen! Bis bald zusammenbrt! Bis bald momento bis bald. Bis bald. Bis bald, den Knall. Und erstmal lifelong. Frauak, keine Ahnung reden. Total. Untertitelung des ZDF, 2020